...der Lande-Plasse-Mitte. Ich darf ganz herzlich und so neulich Gast den FV-Pleidau, bei Eidau hier in Gewürzburg willkommen sein. Ja, die Saisong ist noch jung und schon treffen wir wieder auf gemein gestritten aus den Warnern. Wir freuen uns auf hoffentlich bestandene... ...die Saisong ist noch jung. Jaaa! 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 Waar까요! Erstsssööööö. Ach so! w衝ig! W ieeeeett! Und für echtenати rue... Das höre ist das Fvrm! Das war der Halbzeit für unsere Gäste aus Freitag mit 1 zu 0. Und jetzt halt sie durch! Ja! 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 Stefan Dutz erhöht auf 2 zu 0 für Bauchweiter. Wir haben neue Spieler, ganz! Jawohl! 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 Wir freuen uns beim neuen Spiel. Ja! Er ist ab, ey! Er zieht doch! Ach, den Kriminell und Erke! Ja! Ach, die leise! Ja, das ist echt gelber! Die leise ich zum Arbeitsamt her! Ja! Ja! Stefan Dutz erhöht auf 3 Euro für Bauchweiter. Das ist 3 zu 0, die regnete Nächste, das Fundspiel in der Landesklasse Mitte. 10 cm. 10 cm. Hand! Oh, Nähe! Das ist gar nicht! Den hat er nicht gewissen. Der hat ihn gewissen. Das sprecht von jetzt. Nur gelbe Kopf. Aber Leute, sie haben eins gemacht! Das ist ein Berichtsschatz. Der zielte Nase. Das kannst du gar nicht tun. Der zielte Nase. Die rechte Nase! Der zielte Nase. Einegrad romane. Das war die 1,5m. Das war die Nase.